Willkommen wieder auf dem iZone. Heute bauen wir etwas Terrain-Building im Abteil auf der Map, das wir uns noch nie angeschaut haben. Genau da waren wir eigentlich noch gar nie am Bauen. Was genau es hier draus geben wird, werdet ihr heute im Verlauf dieser Folge sehen. Wir bauen jetzt einfach mal ein bisschen da, also wünsche ich euch viel Spaß beim Zusehen in einer Timelapse. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war's. 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 So. Das war's. Das war's.